Zum vergessen, was sie uns im ersten Lauf gezeigt hat. Absolut, sie hat sich einfach nicht bewegt, ist nur statisch über dem Ski gestanden und hat kein Tempo gemacht. Also sie hat auch nicht nur der Fehler, also es ist einfach nicht die Karte, die Lienzberger, so wie wir sie kennen. Ja, unten raus hat es dann doch noch was gut gemacht, aber es reicht nicht für die Führung. Dubowska bleibt vorne, Lienzberger auch auf Platz.